Nein. Sind alle drin? Nein. Nein, ich bin nicht bereit. Okay, jetzt bin ich bereit. Okay, gut. Benz, Saga, go! Einfach hören, was der Saga sagt wohl. Okay, was der Saga sagt. Machen wir keine Begrüßung? So. Oh. Ein passender Name für einen Wetterfrosch. Okay, wählt jetzt alle euren Favoriten. Ah, hier. Jetzt sag ich. Oh Mann, ich hab ihn wie ein Wetterfrosch. Das andere ist so viel lustiger. Quags, so passt halt viel, viel mehr. Die Animation. Voll süß. So nennt ein fauler Cowboy sein Pferd. So wieder Cowboy. Wie. Ha. Fertig. Fertig. Du gehörst zu stark. Aber leider nicht Fertinand. Fertinand. Ich wollt erst mal Fertinand nehmen, aber dann... Das ist fast mehr. Was für ein Zufall. Fährt ist auch genau das, was ein fauler Fertinand-Spieler hier schreiben würde. Oh krass. Oh krass. Ja Mike, ohne mich würdest du gar keine Fertinand-Spieler so kommen. Ein seltsamer Aushang am Infobrett im Himmel. Dienstagabend ist... Ein Pokémon verlaufen im Land. Okay. Stimmt ab. Tja. 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 Du hörst aber nicht am Video, oder? Das will man nicht unbedingt von seinem Großvater hören. Ich wünschte, ich hätte öfter... Oh nein. Das war Runde 1. Hier ist die Punktetafel. Komm ich will erster sein. Komm ich war richtig lustig. Nicht letzter. Komm, 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 komm. Okay, dritter. Yeah. Nicht letzter. Das wird halt niemand checken, aber ich persönlich finde es richtig funny. Ich habe vom letzten habe ich überhaupt nichts Gutes, ne? Beim zweiten. Mir ist da überhaupt nichts Geiles eingefallen. Ich bin so unlustrig. Bob, böse Höllenstraße 666, ruf mich an, süßer Uf. Ja. Ja. Füpple. Mir ist echt gar nichts eingefallen. Ich wollte es doch erst mal deins nehmen. Ach man, Mike. Eine schreckliche Antwort auf die SMS-Frage. Bist du noch wach? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe immer das gleiche. Nein, ich habe gerade reingesagt. Schau doch unterbett. Schau doch unterbett. Schau doch unterbett. Was? Das ist fucking creepy. Ja. Gigi. Okay, das ist fair. Das ist wirklich fair. Ja. Als nächstes an der Reihe. Daran erkennst du, dass du mehr Sport machen solltest. Ich wollte zuerst... Ich wollte zuerst... Du weißt, welches Pokken ich das meine, oder? Nein! Keine Ahnung, was du weißt! Kapardor! Kapardor! Ich wollte zuerst... Zuerst würde es überhaupt nicht machen, aber dann habe ich es doch gelassen. Cripplash! Gibt es noch nie drei Cripplash in einer Runde? Was man rufen kann, damit der klein gewachsene Basketballspieler seinen Freiburg versaut. Gebt eure Stimme! Ach man, ich habe keine Chance! Das ist zu stark! Ach man, das ist zu stark! Oh, 50-50! Nehme ich es mit! Ach man, das ist beides stark! Ach du meine Güte! Ist das alles... Rechts zur Kamer hat so einen Mikro-Track an. Oh nice! Hier unten ist es entweder ein Cripplash oder 50-50! Runde 2! Überlege dir einen Chart-Hit mit diesem Wort im Titel! Nuss! Ja, mit Zwerdspaß! Wir sind in Runde 3! Hahahaha! Alter! Wie viele haben Nonat November auf Deutsch übersetzt? Ja! Nassi sassi! Hahahaha! Hahahaha! Kauf... Kuss auf die Nuss des Einbuss! Hahahaha! Das ist zu stark! Hahahaha! Kratja Kratzerwitz! Hahahaha! Okay, ich habe einen ausgewählt in meinen Top 3! Die sind alle so geil! Die sind wirklich alle geil! Die sind wirklich alle geil! Mützi haben die gleiche Idee! Okay, schauen wir uns den Medaillenspiegel an! Bronze! Dankeschön! Zeigt mir das Silber! Fuck! Jawoll! Dankeschön! Jawoll! Verdammt! Du warst schlecht! Und du warst okay! Und du warst auch okay! Du warst... Oh, fuck! Hahahaha! Jawoll! Alter! Du hast so viel bekommen! Hahahaha! 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 Komm ich bin Platz 3! Immerhin! Ich bin nicht letzter! Ja! Ja! Was? Ja! Hahahaha! Hahahaha! Ja! Einfach 2 Leute gewonnen! Ja! Beste Antwort des Spiels! Pferd! Hahahaha! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Zwei Leute denken noch! Ein Leute denkt noch! Eins Leute denken noch! Das ist irgendwie... Äh, noch 18 Sekunden! Ein Leute... Mit dem was Lustiges nicht funktioniert! Das sind die 3 großartigsten Wörter der deutschen Sprache! Oh nein! Oh nein! Okay! Wählt eure Lieblingsquill! Amogus! Episch! Kopf! Ach komm! Meins ist super! Och man! Okay Münzi hat für mich gestimmt! Immerhin! Da stand Amogus! Da musste ich natürlich drauflegen! Ich hab so... Da lach's wegen Kopf! Der Kopf war auch gut! Eine geliebte Geschmacksrichtung für Jellybearers! Ich verstand! Jellybearers! Stimmt auf euren Geltner! Oh es tut mir leid! Es tut mir leid! Oh man! Hahahaha! 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 Ey das ist einfach zu einfach! Entweder Amogus oder Fallgeist gewinnt immer! Und weiter! Ein guter Ersatz für Orca Shows in Vergnügungsparks! Die So und So Show! Oh die Spritzshow! Hahahaha! Hahahaha! Nein! Diesmal bin ich nicht Fallgeist! Nimm das Münzi! Das wär ich gewesen, du B***er! Hahahaha! Münzi! Das ist einfach nur das Prinzip nicht meins gewillt! Das ist nicht unfair! Wo man beim ersten Date niemals hingehen sollte! Gibt es rein! Auf die Mitte Bellensteckung! Hahahaha! Oh man, das ist unfair! Ich hab da keine Chance gegen! Hahahaha! Ey, in die Seitenkasse! Hahahaha! 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 Das wird ganz Fenzen haben. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kann das gar nicht ausbrechen. Nicht letzter! Doch Mike, du wirst nicht mehr letzter. Das ist genauso viel bei euch. Doch, doch, doch Mike. Der Frankenstein bei seinem 14. Frankenstein-Monster statt. Es lebt, gerufen hat. Schon wieder jemand, der sich aus der Hand fällt. Es lebt. Iggy ist zu stark. Ich ernst darf. Iggy hat mal Kripplash bekommen, was? Kripplash! Damit gewinnt Iggy jetzt. Tja. Der war zu stark. Wozu sich ein schmutzige Windel gut verwendet lässt. Äh, was? Äh... Fetisch. Lauf los! Nein! Nein! Ich bin extra gegen Maulgeist! Nein! Also... Äh... Äh... Oh, jetzt ist alles schmutzig. Max wusste gar nicht, dass du eine... ein Vollgeist-Kostüm haben willst, wo du es nach stinkenden Windeln riecht. Ich wusste nicht, dass du es noch fetisch habt. Eine neue Regel, die du beim Fußball gar sehen würdest. Das hier beim Elfmeterschießen. Rehnt eure Stimmen ab! Wie gesagt, ich wähle gegen Vollgeist! Ja! Geh! 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 Es reicht! Reh! Reh! Und weiter! Uh! Die letzte Person, mit der du in einem Rettungsboot seid möchtest. Oh nein! Max, versteht ihr meine Fans? Stimmt jetzt ab! Ich will gar nichts! Ich lasse die Zeit ablaufen! Ich will nichts davon! Voll ehrlich Punkte! Mir egal! Ich will nichts davon! Ich will nichts davon! Voll ehrlich Punkte! Mir egal! Ich will nichts davon! Okay, danke! Ihr werdet mir Igi! Ich fand das alte Beantwortlich tatsächlich lustiger, Maik! Ich war ein Gestaltfehler! Max, das war so stark von dir! Max, das war so stark von dir! In dieser Runde ist Cliff Letzter! Nicht Letzter! Nicht Letzter! Oh! Überlege dir einen vollen Namen für dieses Akronym! S-H-N! Ich find's halt schrecklich, dass wir jetzt alle das N-Wort schreiben müssen! Ich hab nicht mal N-I geschrieben, sondern N-U! Irgendwas schmeckt! Sie heißt nicht Sassi-Huso-Nintendo, Sassi-Habi-Natti, Sch***hau-Nee, Saftiger-Herings-Lougat-Sörens-Haselnüsse! Das sind alle Sch***e! Gar nichts genommen! Jetzt hab ich Hunger, nachdem ich Saftiger-Herings-Lougat-Gerät habe! Dann wollen wir mal sehen, wo die Medaillen hingewandert sind! Bronze zuerst! Dankeschön! Hier kommt das Silber! Sch***e! Oha! Dankeschön! Oha! Ich hab nicht überhaupt was bekommen! Sassi-Huso-Nintendo, wie cool das gewinnt! Sassi-Huso-Nintendo, wie cool das gewinnt! Sassi-Haselnüsse ist unterbewertet! Ja, ich hab am meisten! Ich hab am meisten! Meins! Ich komm back, Alter! Ich bin nicht letzter! Ich bin nicht letzter! Ich bin nicht letzter! Nicht letzter! Nicht letzter! Top 3! Ich hab gewonnen! Ich bin nicht letzter! Oh mein Gott! Ich kenne meine Mutter! Meinem Sohn! Meinem Handy! Nicht schon wieder jemand, der Fieser werden will! Wie? Nicht schon wieder jemand, der... Das ist schon wieder jemand, der... Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das ist schon nicht mehr lustig! immerhin haben wir alle zwei augen michael ist ja der kreativste wie wir sehen ja er ist auch ein sarg er ist ein sarg der in vampiren schläft für die große enthüllung wir beginnen mit dein erster gedanke wenn du von einem orang-u-tan angegriffen aber ich musste das ja leute also kommt es gibt nur einen der wahren gewinner leute ich kann nicht sagen ich kann nicht sagen wie ein schwarzes loch klingt schwarzes loch kann kein geräusch machen das geheime fahrgeschäft im freizeitpark mit dem nur milliardäre fahren dürfen ich musste auch dran denken ich musste auch dran denken ich hätte das auch genommen aber ich hätte ducatia geschrieben ich hätte aber das exakt gleiche gemacht da habe ich gar keine chance mehr ja das ist zu stark das ist das ende von runde eins ich bin nicht letzter ich bin star oh oder ja bin ich zweiter nicht vierter entweder du bist richtig lustig und kriegst alle punkte oder du bist ganz unlustig und kriegst keine punkte würfel mal auf humor nächstes mal wer fehlt denn jetzt noch Max Max muss noch einen banger baut holen 10 9 8 7 6 5 4 3 also ich musste irgendwas sagen ich wollte was anderes sagen aber ich hatte keine Zeit also lass mal sehen prompt nummer eins ist ein wirklich dämliches thema für eine diskussion im großen kreis ja das ist ein wirklich schlechtes thema echt jetzt ja wir hatten halt viele warum immerhin hat mit sie mich zugestimmt ja Max hat einfach geschrieben kein plan und ich hab aber ja aber es gab halt viele weil es mit einem smiley am Ende ich weigere dich ich hab mal geguckt trotzdem für Clash als nächstes an der Reihe der falsche Satz nachdem man in der Kirche gepupst hat ah Gott sei Dank das eine ist zwar gut aber das andere ist besser ja der recht ist so kreativ ja 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 das ist beides stark das ist beides stark ja komm ich muss mich entscheiden ich musste mich entscheiden es tut mir leid ja gut ja gut der unpassendste ort um einen mechanischen rodeo bullen aufzustellen auf die plätze fertig abstimmen aua yes ich hab beides punkt da hast du recht da hast du recht nein da hast du nicht was ich muss zugeben in meinem Zimmer wäre das kein guter Ort das aufzubauen das ist ja 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 das ist das beste das ist das beste riesen comic zu ende wir haben uns verlaufen da hilft nur eins und das pferd sagt dann meins ist so stark bin ich damit nichts weiter mindestens werde also dann heulich sucht euch aus wer eine medaille kriegt füge amokos das ist das unkreativ was ich gesehen habe das eine ist richtig gut das eine ist richtig gut das ist richtig gut finde ich es gibt es gibt es gibt drei richtig geile antworten ok dann schauen wir mal wer die ganzen medaillen erhalten hat danke schön silber ok und jetzt das gold danke schön ja du bist schlecht du bist auch schlecht du bist auch schlecht und wir sind gut ich habe ohne gold habe ich gewonnen ich bin erster zeig komm jetzt muss er noch gewinnen den endgültigen punktestand naja ich gewinn das nicht oder ich bin jetzt letzter naja ich bin ich nicht mehr letzter ich hab nicht gewonnen inge hat schon wieder gewonnen ja inge warum bist du lustig ja du mein 3 der sagt sie halt immer TS oder gameboys sogar bei uns sagen die immer guck mal dein nintendo dein nintendo weißt du so ein DS und 3DS beide heißen gleich der ist einfach nur nintendo das ist eine switch aber die heißt switch die ist das noch nicht nintendo noch besser noch besser war sind die leute die zu einer playstation nintendo sagen auch geil wenn man zu einem DS nintendo sagt dann müsste man zu einer playstation sony sagen mhm 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 mhm